Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährungen mit eurem Alex. Und heute nach langer Zeit das angekündigte Video oder beziehungsweise ein neues Video aus der Tutorial-Reihe. Heute Tutorial Nummer 6 und die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen ist, wie ist eigentlich der richtige Einstieg? Das richtet sich vor allem an die Leute, die jetzt vielleicht ganz neu in der Kryptowelt sind oder vielleicht so im Dezember, Januar eingestiegen sind, weil sie irgendwas gehört haben und vielleicht ein bisschen Geld hatten und investiert haben und jetzt vielleicht verunsichert sind. Ja, wir gucken uns heute mal den richtigen Einstieg an und gucken uns vor allem auch mal an Tipps für die ersten Schritte in der Kryptoszene. Gleich mal vorab, alles was ich erzähle sind eigene Erfahrungen. Ich selber bin kein Anlageberater und all das was ich euch erzähle ist einfach nur nice to know. Aber ihr könnt natürlich alles selber besser wissen und vielleicht sogar Tipps und Tricks auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch ein paar Tipps habt. Aber mir geht es darum, dass ich den Leuten, die jetzt ganz neu sind, einfach mal so ein bisschen hilfreich sein kann und euch mal zeigen kann, wie man sich eigentlich einfach und vor allem auch relativ schnell mit neuen News beschäftigen kann und so weiter. Ja, wie das Ganze heute aufgebaut ist, wir gucken uns zunächst einmal an oder ich frage euch gleich erst einmal, wieso steigt der eigentlich ein, was gibt es da für Beweggründe? Dann, wie recherchiere ich News? Wie erfahre ich Coin-Details? Und wo lagere ich Coins bzw. Token? Und zu guter Letzt, was sind so die typischen Einsteigerfehler? Ich werde heute nicht so besonders darauf eingehen, wo man Coins kaufen kann. Dazu verweise ich vielleicht mal auf meinen Kanal. Und zwar, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert sehr, sehr gerne mal den Kanal. Und ich habe hier eben, ja, FFDK steht für finanzielle Freiheit an Kryptowährungen. Und ich habe hier FFDK Tutorials. Hier könnt ihr zum Beispiel sehen, wie meldet ihr euch an einer Börse an, in diesem Fall bei Bittrex oder bei Binance. Oder aber auch, ihr könnt mal sehen, wie man IOTA kauft, Ripple kauft, Bitcoin kauft und so weiter. Auch da ein sehr schönes Video zu, wie man das Step-by-Step kauft. Dann ein paar Tricks und Tipps zum Thema Coin-Market-Cap. Wenn man sich damit näher beschäftigt, da gehen wir heute auch einmal kurz drauf ein auf die Seite. Und ansonsten sieht man hier auch für die nächsten Schritte, also wenn ihr ein bisschen weiter seid, sogar Tipps und Tricks, wenn man mal traden möchte. Wie geht das eigentlich und worauf kann man da achten? Und ja, noch viele andere Dinge, die man immer im Kanal findet. Aber eben diese Tutorial-Reihe wird heute fortgeführt. Und heute geht es wirklich ganz besonders an die Leute, die das erste Mal jetzt vielleicht zusehen. Okay, guti. Lasst uns mal starten und zwar mit der ersten Frage, wieso steige ich eigentlich ein? Ja, die Frage solltet ihr euch allererst einmal stellen, denn die meisten von euch werden die Frage wahrscheinlich gar nicht so einfach beantworten können. Denn meistens ist der Grund, warum man sich dafür interessiert, dass man schnelles Geld machen will. Das hat man gerade so im Dezember gesehen. Ich gehe mal kurz auf den Chart. Wir gehen vielleicht mal auf coinmarketcap.com, gerade schon angekündigt. Das ist so eigentlich die ziemlich, pardon, ach, Entschuldigung, vielleicht sollte man auch mal schreiben können. So, coinmarketcap.com. Hier sieht man zum Beispiel jetzt einfach mal so die aktuelle Auflistung der Coins. Und wenn wir uns mal anschauen, wie es so seit Dezember ausschaut in Bitcoin zum Beispiel, gehen wir mal auf Bitcoin, klickt man auf den Coin einfach rauf und hat dann eine genauere Übersicht. Wenn man sich mal nur die letzten drei oder gucken wir mal ruhig das letzte Jahr an, dann sieht man eine unglaubliche Rallye. Man sieht also hier bis in den Dezember hinein ging es richtig ab. Viele von euch haben über die Medien darüber gehört und sind eingestiegen. Naja, und jetzt haben viele sich gedacht, okay, ich möchte schnelles Geld machen und man sieht, irgendwie klappt das nicht so. Wir sind gerade in einer richtigen Eiszeit. Die Kryptokurse sind relativ, ja, doll gefallen. Gerade der Bitcoin-Kurs hat sich nahezu gedrittelt. Ja, also wirklich extreme Unterschiede und viele von euch sind dementsprechend verunsichert und wissen eigentlich gar nicht, was sie jetzt hier sollen. Von daher die erste Frage, die ihr euch stellen müsst, wollt ihr schnelles Geld verdienen? Wenn das eure Ambitionen sind, muss ich euch leider sagen, aktuell ist das nicht möglich in der Kryptoszene. Es geht einfach hier aktuell darum, dass man so ein bisschen mehr die Technologie im Auge behält und die Leute, die jetzt in den Markt einsteigen, sind meistens die, die zum Beispiel entweder wittern, dass es auch wieder bessere Zeiten geben kann oder Leute, die sich von der Technologie überzeugen lassen haben. Und ich zähle eher zu dieser Kategorie, Technologie steht hier im Vordergrund. Ich bin ganz, ganz großer Fan von Kryptos, aber vor allem auch der Idee der Blockchain. Und die Kryptowährungen sind ja nur ein Teil der Blockchain. Und die Blockchain an sich, was das ist, werde ich nochmal separat verfilmen oder beziehungsweise ihr könnt es jetzt schon bei vielen YouTubern sehen, die erklären das ganz schön. Da könnt ihr dann einfach mal erkennen, was ist überhaupt die Blockchain und was für ein Problem löst sie. Und wenn ihr eher so orientiert seid, dass ihr sagt, hey, ich glaube an das ganze Große, ich glaube an die Technologie und ich glaube, dass das Thema Vertrauen, was durch die Blockchain eben endlich mal wieder greifbarer ist, ist, dass das für mich ein Grund ist, in dieses ganze System einzusteigen. Und das kann berufliche Herkunft sein, dass ihr sagt, ich habe Bock, mich weiterzubilden. Das kann auch einfach der Grund sein, dass ihr selber irgendwie Geld anlegen wollt und ihr euch für Kryptowährungen interessiert. Oder das können ganz andere Beweggründe sein. Nur wenn ihr das wirklich als Beweggrund habt, glaube ich, ist das hier der richtige Kanal für euch. Denn ich bin eher auf Long-Term, also auf lange Sicht Anleger. Und ich glaube an die große Technologie und ich glaube daran, dass das eines Tages wirklich massentauglich sein wird und dass wir so, wie wir das Internet in den 90ern erleben durften, eben jetzt so in den 2020ern in etwa, denke ich mal, die Blockchain-Revolution erleben werden. Und da wird natürlich auch die Kryptowährung eine richtige Rolle spielen. Nur welche es sein wird und was bis dann passiert, ist natürlich irgendwie noch ein bisschen fraglich. Und von daher ist die Frage, die man sich natürlich stellen muss, bin ich da jetzt drin, um schnelles Geld zu verdienen oder möchte ich eher Geld benutzen, das ich mal ein bisschen auf die hohe Kante legen kann und aber mal warten kann, was daraus wird. Das würde ich euch empfehlen. Bitte nutzt nur Geld, das ihr wirklich auch anlegen könnt, das euch nicht wichtig ist, das ihr nicht zum Beispiel braucht, weil der Kühlschrank mal kaputt geht oder weil das Auto kaputt ist, sondern Geld, das quasi über ist. Ja, einige von euch haben das vielleicht gar nicht und dann solltet ihr bitte auch nicht auf Biegen und Brechen jetzt einsteigen, sondern sowas sollte man eher so tun mit Geld, das man wirklich auch verlieren kann. Denn die Kryptowelt ist noch sehr wackelig auf den Beinen. Es kann jeden Tag ganz hoch hinausgehen und genauso schnell wieder runter. Und wenn man das Geld gerade dann braucht, wenn man so wie jetzt eine schlechte Zeit hat, dann habt ihr große Probleme, denn dann müsst ihr mit Verlusten verkaufen und dann ist das Geschrei groß und das Ärgernis in euch natürlich noch viel größer. Also, das vielleicht generell vorab. Überlegt euch, warum ihr überhaupt einsteigen wollt und die Schnellschießer, die sind momentan hier falsch. Zweites Thema, wie recherchiere ich News? Na, das ist noch viel wichtiger, denn wenn wir uns jetzt dazu entschlossen haben, uns näher mit dem Thema zu beschäftigen, dann sollte ihr oder will ich euch sagen, bitte geht nur in Projekte rein mit eurem Geld, die ihr auch versteht. Und damit ihr sowas recherchieren könnt, habt ihr natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel über CoinMarketCap auf ein Coin zu klicken. Wir nehmen jetzt mal einen, den vielleicht nicht jeder kennt. Ich gehe jetzt mal auf Stellar. So, jetzt überlegen wir uns mal, Mensch, wir möchten jetzt mal wissen, was ist Stellar überhaupt, wie funktioniert das Ganze? Dann habt ihr hier, nachdem ihr auf den Coin geklickt habt, eben einfach hier die Übersicht. Website, also da werdet ihr dann zur Homepage von Stellar geleitet. Announcements, das ist der Begriff für Ankündigungen oder besondere Dinge, die gerade passieren. Und so weiter. Wir gehen mal jetzt auf Website und werden da direkt auf die Internetseite des Herstellers beziehungsweise des Projektes geleitet. So, jetzt haben wir ein Problem. Und zwar haben wir das Problem, dass viele von euch nicht so gut Englisch können. Wir wollen uns aber trotzdem mit dem Thema beschäftigen. Wie machen wir das jetzt? Jetzt gibt es einen ganz einfachen Tipp. Und zwar benutzt doch einfach mal den Browser Google Chrome. Ich weiß, es ist nicht so jedermanns Liebling, aber lasst uns jetzt in diesem Fall mal hier eingeben. Ich habe das jetzt einfach mal kopiert. www.stellar.org Und Google Chrome gibt euch die Möglichkeit, dass man diese Seite übersetzen kann. So, jetzt möchte ich diese Seite übersetzen und klicke einfach nur hier oben drauf. Übersetzen. So, tada. Und plötzlich, zwar nicht im perfekten Deutsch, aber doch schon relativ gut übersetzt, ist plötzlich die gesamte Seite auf Deutsch. Somit könnt ihr ganz einfach komplizierte Internetseiten, die ihr eigentlich nicht inhaltlich versteht, plötzlich ganz einfach übersetzen lassen. Und so wisst ihr zum Beispiel, dass Stellar eine Plattform ist, die Bankenzahlungssysteme und Menschen miteinander verbindet, integrieren sie, um Geld schnell, zuverlässig und nahezu kostenlos zu bewegen. Okay, also somit könnt ihr euch helfen, indem ihr ganz einfach die Übersetzungsfunktion von Google Chrome verwendet und schon könnt ihr auf den Seiten der Hersteller eben ganz entspannt schauen. Das ist also ein erster wichtiger Tipp. Schreibt es euch auf. Google Chrome am besten installieren, wenn ihr es nicht habt. Und damit eben ganz einfach die Übersetzung durchführen. Ihr könnt auch zum Beispiel in andere Sprachen übersetzen, wenn ihr jetzt sagt, Deutsch ist jetzt okay, nicht meine Muttersprache. Ich möchte vielleicht das Ganze auf Polnisch oder auf Türkisch oder auf was weiß ich übersetzt wissen. Könnt ihr das ganz einfach auswählen und dann eben auch in diese Landessprache übersetzen. Okay, soviel schon mal dazu. Welche Quellen gibt es dazu noch? Also außer dem Hersteller, wo ihr natürlich verstehen solltet, was das Projekt überhaupt mit sich bringt, gibt es dann natürlich die Möglichkeit, in meinem Kanal mal rumzustöbern. Bei mir gibt es dann zum Beispiel zu jedem Coin, also wir gehen mal gern auf die aktuellen Playlists oder generell gehen wir mal irgendeinen Coin ein. Zum Beispiel, was ist, nehmen wir mal an, was hatten wir zuletzt? Komodo. So, was ist Komodo? Das ist jetzt ein Coin. Dann gucken wir mal in der Liste, ob wir mich irgendwo finden. Jawohl. Wir finden also jetzt den Kanal, das erkennt ihr immer an diesen eigentlich immer gleich aussehenden Bannern. Klickt hier rauf und dann findet ihr meinen Kanal und könnt da dementsprechend dann, neben toller Werbung, vor allem auch so aktuelle Coins mal vorgestellt bekommen. Ihr seht hier also, es gibt zum Beispiel auch noch ganz viele andere Coins. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert habt, könnt ihr dann in den Playlists einfach mal nach FFDK Coin Day gucken. Und da werde ich zu jedem Coin, den ihr so kennt, eigentlich schon mal ein Video gemacht haben. Egal ob Engine, WordCoin oder auch Nano. Ihr entscheidet das immer. Jeden Mittwoch gibt es dann einen neuen Coin Day. Und auch jetzt steht gerade eine Abstimmung parat. Also kommt gerne mal auch in die Telegram-Gruppe bei mir. Da gehen wir am Ende nochmal drauf ein. Und da könnt ihr dann immer so aktuelle Coins ganz einfach von mir schon mal vorrecherchiert bekommen. Und einfach so ein bisschen serviert bekommt. Okay, wenn ihr das nicht wollt und wenn ihr euch einfach so generell über Crypto News interessiert oder dafür interessiert und schlau machen wollt, dann geht doch bitte auf news.bitcoin.com. Dort findet ihr eigentlich immer alles, was so gerade aktuell auf dem Markt abgeht. Natürlich wieder in Englisch. Auch hier könnt ihr natürlich ganz einfach das Ganze übersetzen lassen. Auch hier machen wir wieder den gleichen Trick. Wir gehen hier oben rauf, Copy, Paste, gehen auf Google Chrome, gehen da rein, fügen das Ganze ein, starten die Seite. Und dann nutzen wir wieder diese Übersetzungsfunktion und sagen, bitte übersetzen. Jetzt übersetzt er uns das Ganze. Und schon haben wir die gesamte Seite wieder in unserer Sprache, die wir wirklich verstehen. Also ihr seht, dieses Problem, dass man auf einmal vielleicht mit der Sprache nicht zurechtkommt, ist hiermit erübrigt. Und man muss jetzt nur noch fleißig sein und ein bisschen lesen. Ja, wenn euch das auch noch nicht reicht, dann gibt es noch den Cointelegraph.com. Auch eine sehr, sehr interessante und vor allem stark besuchte Seite, wo man also wirklich auch von ausgeht, dass die News, die hier geteilt werden, auch in vielerlei Hinsicht gelesen werden. Und es gibt auch deutschsprachige Seiten. Die bekannteste ist, glaube ich, BTC Echo. Dazu gibt es noch bitcoinblog.de. Und man kann zum Beispiel noch in den Bitcoin Talk gehen. Ja, ich werde euch alle diese Seiten verlinken. Ihr werdet hier die Möglichkeit haben, immer mal wieder reinschauen zu können. Aber was ich noch ganz wichtig finde, ist hier beim Bitcoin Talk. Das ist so eine Art großes Forum rund um die Kryptos. Da habe ich jetzt für euch mal ein Wörterbuch herausgesucht. Und gerade die Neulinge sind vielleicht noch nicht so in der Lage, alle Wörter zu kennen, die man da so liest. Zum Beispiel, was heißt BTC? Das ist in diesem Fall die Abkürzung für Bitcoin. Oder aber auch, was ist eigentlich eine Difficulty? Oder, oder, oder. Ihr seht hier alle möglichen Begriffe und die ihr dann irgendwann mal so lest und gar nicht wisst, was damit gemeint ist. Dann könnt ihr einfach mal hier nachschlagen und ganz schön alphabetisch sortiert euch das hier serviert bekommen. Und einfach mal nachlesen, was das eigentlich bedeutet. Ich werde auch das hier verlinken. Vielen Dank an den Autor, wer auch immer das gemacht hat. An Alfredis, vielen Dank dafür. Ich denke mal, du hast schon vielen Leuten damit geholfen. Und solltet ihr noch irgendwelche Begrifflichkeiten kennen, die jetzt noch nicht hier aufgeführt sind, könnt ihr, glaube ich, in diesem Forum auch noch antworten und was dazu dichten und dazu schreiben. Hier zum Beispiel hat irgendeiner nochmal Pump and Dump genauer erklärt. Und dann wurde es hier später, glaube ich, mit aufgenommen. Okay. Das ist also dazu. Wir gucken mal wieder zurück in die Agenda. Also, warum ihr einsteigt, wisst ihr hoffentlich dann. Jetzt wisst ihr sogar schon, wo ihr die ganzen Recherchen mit schreiben könnt. Und über coinmarketcap.com habt ihr denn die Möglichkeit, sogar die Coindetails anzuschauen. Coindetails sind zum Beispiel, wir gehen mal kurz auf Coinmarketcap. Wo haben wir es? Ich glaube, wir waren von Stella draufgekommen. Also Coinmarketcap. Jetzt haben wir zum Beispiel eben gelesen, was ist Stella überhaupt? Wie funktioniert das Ganze? Wir bleiben mal bei dem Beispiel. Und wir möchten aber noch ein bisschen mehr wissen. Wir wissen jetzt zum Beispiel, wie viel das aktuell kostet. Wir können hier oben das Ganze nochmal ändern in eine andere Währung, wenn wir das gerne möchten. Und wir können hier sehen, wie viele es von diesem Coin gibt. In diesem Fall gibt es hier 18 Milliarden von denen. Das ist nicht ganz unwichtig, denn natürlich, je weniger es von einem Coin gibt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier vorne der Kurs höher ist in Euro oder in Dollar. Es ist eigentlich egal, ob ihr nun ein Bitcoin oder ein Bitcoin habt oder eine Million Ripple als Beispiel. Es spielt keine Rolle. Ihr habt auf jeden Fall den Wert an Euro, den ihr eben in diesem Fall bezahlt habt. Nehmen wir an, ihr investiert 10.000 Euro. Dann habt ihr aktuell vielleicht ungefähr zwei Bitcoin. So, ihr könntet aber genauso gut auch sagen, ich möchte 25.000 Ripple dafür haben. Ja, und so könnt ihr dann im Prinzip, zwar habt ihr dann eine größere Anzahl an Coins, aber das heißt nicht automatisch, dass die deshalb wertvoller sind, sondern dafür gibt es eben von Ripple auch viel, viel, viel mehr als von Bitcoin. Und somit ist es eigentlich egal, ob ihr eure 500 Euro oder eure 10.000 Euro in Bitcoin oder in Ripple investiert. Wichtig ist euer Invest und ihr bekommt in diesem Moment dann das, was es gerade wert ist. Ja, dann gibt es noch die Frage, also da könnt ihr dann Coindetails nachlesen oder eben in diesem Fall auch mal auf den Coin klicken und dann hier euch die Statistiken ansehen, die aktuellen Charts und so weiter. Aber ich glaube, das ist für Anfänger noch ein bisschen viel. Ihr solltet zunächst einmal vielleicht die Seiten nutzen und euch erstmal durchlesen, was können die Projekte überhaupt. So, die nächste Frage. Wo lagere ich meine Coins? Wir gehen nochmal in die Präsentation. Also, wo lagere ich meine Coins? Es gibt bei mir nur zwei Möglichkeiten oder drei. Die erste ist, was für, oder ich muss mich erstmal fragen, was für einen Coin habe ich eigentlich gerade? Habe ich zum Beispiel einen sehr bekannten Coin wie Bitcoin, Ethereum, Ripple und so weiter, dann gibt es dafür sogenannte Hardware Wallets. Ich gebe euch mal hier ein Beispiel. Ledger Nano S. Ja, Ledger Nano 2, sehr gut. Ne, Ledger Nano. Ah, ihr seht den schon hier. Entschuldigung. So. Hier rechts seht ihr zum Beispiel schon mal ein. Ich verlinke das Ganze über einen Affiliate Link. Das heißt, wenn ihr über meinen Link bestellt, verdiene ich sogar noch was mit. Das Ganze läuft dann über Amazon. Aber das steht hier nicht im Fokus. Ihr solltet nur wissen, dass ihr das in der Beschreibung seht. Aber ansonsten läuft das so ab, dass so ein Hardware Wallet so eine Art USB-Stick ist. Dann schließt ihr an euren Computer an. Dann könnt ihr die Coins darauf ziehen. Und danach habt ihr sie halt sicher. Und kein Hacker oder sonstiger Angriff kann stattfinden, weil das Gerät eben nicht im Computer eingebaut ist oder irgendwo online ist, sondern wirklich in euren Händen physisch. Und das ist aktuell meiner Meinung nach die sicherste Möglichkeit aufzubewahren, auch wenn es hier auch schon mal den einen oder anderen Versuch gab, anzugreifen oder auch irgendwelche Lücken aufgezeigt wurden. Das aktuelle Update soll meines Wissensstandes nach sehr, sehr, sehr sicher sein. Und somit ist mir das auf jeden Fall zehnmal lieber, als die Coins, die ich gerade erworben habe, auf irgendeiner Börse liegen zu lassen. Denn dort gibt es immer die Gefahr, dass irgendwie die Börse sich verabschiedet, aus irgendeinem Grund auf einmal offline geht, oder der Staat oder irgendwer die Börse verdonnert, euren Account zu sperren, aus was für Gründen auch immer. Schon kommt ihr nicht mehr an eure Coins ran. Deshalb bitte immer ein eigenständiges Wallet haben, in diesem Fall ein Hardware-Wallet. Problem ist nur, der Ledger Nano S hat nicht alle Coins, die es gibt. Und somit hat man meistens das Problem, dass man auch noch irgendwelche Coins hat, die der nicht unterstützt. Eine Alternative wäre zum Beispiel für die sogenannten ERC-20-Token. Ihr werdet sicher relativ schnell diesen Begriff irgendwo wiederfinden. Und ich klicke mich mal eben durch. Das ist, glaube ich, hier so eine neue Sicherheitsgeschichte, dass jeder hier liest, was so alles passieren kann. Also, ich habe auch hier zum Video gemacht, müsst ihr mal in meinen Playlists gucken, wie man sich so ein Wallet erstellt. Hier ist es so, ihr könnt euch über MyEtherWallet ein eigenes Wallet erstellen. Und auf diesem Wallet könnt ihr dann nicht nur Ethereum, sondern auch alle Coins, die auf Ethereum basieren, die könnt ihr dann quasi hierauf abspeichern. Und damit ihr wisst, ob es sich dabei um einen sogenannten ERC-20-Token handelt oder nicht, könnt ihr einfach mal euren Wunschcoin, nehmen wir mal an, wir haben jetzt zum Beispiel einen Coin Engine. So, Engine, aha, super, Engine gibt es also tatsächlich. Da sehen wir sogar den aktuellen Wert und so weiter. Und jetzt geben wir mal an, Tron ist auch noch ein sehr bekannter Coin. Aha, den gibt es hier also auch. Und jetzt geben wir mal an, Komodo. So, Komodo ist kein ERC-20-Token. Komodo hat zum Beispiel seine ganz eigene Blockchain. Und schon wüssten wir, aha, der kann also schon mal nicht bei MyEtherWallet gespeichert werden. Ja, so sind wir also immer auf der sicheren Seite, denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr ein Coin, der gar nicht nach diesem Protokoll arbeitet, dass ihr da irgendwie, ja, auf dieses Wallet ein Bitcoin zum Beispiel schickt. Wäre sehr, sehr ärgerlich, denn dieses Wallet akzeptiert quasi kein Bitcoin, zeigt ihn euch nicht an und ihr habt das Geld oder den Bitcoin quasi in die Wallachie geschickt. Von daher achtet darauf, wenn ihr etwas mit Ether, also Ethereum macht, dann wisst ihr automatisch, solltet ihr nochmal gucken, ob es sich wirklich um ein ERC-20-Token handelt. Wie kann man es noch genau gucken? Ganz einfach, ihr geht hier zum Beispiel mal auf die Fulllist. Ihr klickt hier auf Tokens bei CoinMarketCap.com. Ja, also hier auf Tokens. Und dann lasst ihr die einfach mal sortieren nach der Plattform. So, und dann seht ihr schon, aha, von welcher Plattform kommt welcher Token. Und ja, hier seht ihr also, alle, die von Ethereum kommen, sind in der Regel ERC-20-Token. Also all die, die hier unter Ethereum aufgeschlüsselt sind, die werden auch von diesem MyEtherWallet unterstützt. Ausnahmen vorbehalten, aber generell sollte es so sein. Trotzdem macht euch doppelt und dreifach schlau. Guckt lieber auch nochmal parallel hier rein. Und nur wenn diese beiden Dinge übereinstimmen, also sprich der Eintrag hier bei CoinMarketCap und nehmen wir mal zum Beispiel Oyster jetzt hier. Gehen wir mal hier ein bei ERC-20. Oyster, so, tada, ist auch hier aufgeführt. Dann könnt ihr mit gutem Gewissen auch dahin schicken. Ja, okay. So speichere ich also meine Coins. Und die dritte Möglichkeit ist zum Beispiel die Möglichkeit, das Original-Wallet vom Hersteller zu wählen. Wir nehmen mal jetzt hier das Beispiel von SmartCash. Auch ein Coin. SmartCash.com. Ich glaube, oder wir geben es mal so ein. Er sucht uns Google, glaube ich, schon das Ganze raus. Also, wir gehen jetzt auf SmartCash.cc. Und da könnten wir zweierlei Wallets wählen. Das sind halt die Original-Wallets vom Hersteller. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Da gehen wir zum Beispiel auf Wallets, also auf die Geldbörsen. Und dann können wir entweder ein Web-Wallet wählen. Da hat man die Möglichkeit, eine Art Online-Konto zu erstellen, wo man die drauf speichert. Mittelmäßig sicher, würde ich mal behaupten, weil das natürlich immer angegriffen werden kann. Alles, was online ist, kann irgendwie besser angegriffen werden, als etwas, was extern läuft. Was auch noch eine Möglichkeit ist, ist dann, ja, die Wallet auf eurem Computer zu installieren. Da ist es dann noch etwas schwieriger, für den Hacker ranzukommen. Es sei denn, ihr benutzt gar keine Antivirus-Software oder Sonstiges. Dann würde ich euch das erst recht nicht empfehlen. Es sind hier eher Notlösungen. Aber es kann ja mal sein, dass weder euer Ledger, den Coin nicht unterstützt, und auch der MyEtherWallet dafür nicht vorgesehen ist. Zum Beispiel bei SmartCash. SmartCash lässt sich nicht auf dem MyEtherWallet speichern. Und SmartCash lässt sich auch nicht auf dem Ledger Nano S speichern. Also würde ich hierfür einfach diese Möglichkeit wählen und mir das passende Wallet herunterladen, installieren. Ich mache es jetzt nicht auf, weil ich jetzt keine Lust habe, alles zu verschlüsseln im Nachgang. Aber hier wäre es jetzt installiert. Und dann könnt ihr eben ganz einfach eine Benutzeroberfläche sehen, wo ihr euren aktuellen Kontostand seht und eben immer up-to-date seid. Okay, das ist also die dritte Möglichkeit. Und das sind auch meine persönlichen drei Favoriten. Als allererstes das HardwareWallet. Wenn das nicht geht, das MyEtherWallet wählen. Und wenn das wiederum nicht geht, dann eben das OriginalWallet vom Hersteller wählen. Gut, ja, das ist also das. Dann gucken wir uns jetzt zu guter Letzt nochmal die typischen Anfängerfehler an. Und dann gibt es schon die Zusammenfassung und wir sind durch. Typische Einsteigerfehler sind Unwissenheit. Ja, viele von euch haben gar keine Ahnung, was für ein Projekt dahinter steckt. Haben nur gehört, das soll geil sein und gehen da rein. Das ist das erste große Problem. Zweitens, die meisten von den Neuankömmlingen sind sehr, sehr, ja, wie sagen wir mal, erfolgsgeil. Wollen schnell Erfolge sehen. Wollen am liebsten, dass ihr Geld sich in zwei Wochen verdoppelt. Wenn nicht, dann ist es ein schlechtes Investment. So funktioniert es nicht. Es mag Ausnahmen geben, wo das mal geklappt hat, aber so funktioniert es einfach nicht. Deshalb, Ungeduld ist der zweite Killer für Einsteiger. Leichtgläubigkeit. Nicht alles, was euch irgendwer in irgendeinem Video erzählt, außer mir natürlich, ist automatisch auch immer gleich die Wahrheit. Einige YouTuber empfehlen euch Coins oder Projekte, die eigentlich gar nicht gut sind. Beispiel Bitconnect. Bitconnect wurde von ganz, ganz vielen YouTubern als richtig geil angepriesen. Sie haben damit sogar ein bisschen Geld verdient, weil sie Leute eingeladen haben zu dem Projekt und so weiter und so fort. Ende vom Lied Bitconnect war ein absoluter Scam, ein Betrug und ganz, 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 ganz viele Menschen haben ganz, ganz viel Geld verloren. Deshalb seid nicht so leichtgläubig und glaubt einfach irgendwelchen Leuten bei YouTube oder sonst wo, sondern stellt immer eigene Recherchen an und lasst euch, wenn überhaupt, von den Leuten mal anstupsen und auf das Projekt irgendwie hinweisen lassen. Aber ansonsten bitte immer selber recherchieren und selber entscheiden. So, das nächste Thema ist fehlendes Verständnis für Politik bzw. für wirtschaftliche Zusammenhänge. Wenn man sein Geld anlegt, egal ob ihr damit in den Aktienmarkt geht oder ob ihr damit zu irgendeiner Edelmetallbörse geht oder was auch immer ihr macht, ihr solltet immer wissen, man sollte Politik und Wirtschaft immer mal wieder verfolgen. Sei es, dass ihr euch das Manager-Magazin holt oder ob ihr die Welt oder die Zeit hin und wieder mal lest und vor allem auch mal den Feuerton anschaut oder euch vielleicht auch mal die Politik-Nachrichten anseht oder die Wirtschafts-Nachrichten immer mal wieder anschauen. Und guckt jetzt nicht nur auf den Kryptomarkt, denn zum Beispiel ist auffällig, dass gerade in Amerika die Börse extrem einbricht. So, auch das sind wichtige Indizien für mich als Anleger. Ich will jetzt nicht jede Aktie angucken und jeden Kurs, aber zumindest verstehen, Alter, was Trump da gerade gemacht hat in den Strafzöllen, das hat auf jeden Fall negative Auswirkungen gehabt auf den Markt. Der Markt wiederum hat immer negative Auswirkungen auf alles andere und so geht es dann zum Beispiel so ab, dass einige Leute sagen, hey, das könnte vielleicht eine Chance werden, dass der Kryptomarkt Geld bekommt, wenn nämlich die Börse und die normalen Aktienmärkte einbrechen, suchen die Anleger neue Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist zum Beispiel, dass sie in Gold gehen und Möglichkeit 2 könnte doch auch zum Beispiel sein, dass sie in den Kryptomarkt gehen. Und wenn man das beobachtet und versteht, dann kann man vielleicht auch sagen, hey, jetzt ist für mich ein guter Einstiegspunkt, weil ich glaube, dass XY passieren wird. Ja, das ist also auch ganz wichtig, dass ihr euch immer wieder mit Nachrichten beschäftigt. Jetzt nicht mit dem Klatsch und Tratsch bei RTL, sondern ich meine damit eher so wirklich politische Fakten, die Anspannungen zwischen Russland, Amerika, England und so weiter. All das ist ein bisschen wichtig, um so grundlegende Dinge zu verstehen. Und wenn ihr das macht, werdet ihr schnell merken, dass ihr schneller vorankommt. Ja, dann der nächste Punkt, falsche Analysen. Jetzt zeige ich euch mal ein witziges Bild oder so witzig ist das gar nicht. Viele von euch gucken sich nämlich immer an, die haben zum Beispiel jetzt für 10 Dollar sich ein Ripple gekauft, als Beispiel, ja. So, jetzt kauft man sich für 10 Dollar ein Ripple und Bitcoin wird immer, oder ich zeige euch das mal bei CoinMarketCap als allererstes. Ich habe es ja schon zehnmal gezeigt, aber ich zeige es trotzdem nochmal an die Leute, die heute das erste Mal zuschauen. Also, ein Beispiel, Ripple, so. Ihr seht hier immer einen Preis, in diesem Fall 41 Euro Cent, ja. Und hier unter seht ihr immer einen sogenannten Satoshi-Wert. Denn alle Coins werden immer am Bitcoin gemessen. Also, ein Ripple ist 0,00007324 Bitcoin-Wert. Das heißt also, ein Ripple ist sehr wenig am Bitcoin-Wert. Ja, das ist auch logisch, weil es eben ganz, ganz viele davon gibt und dementsprechend ist der Wert deutlich kleiner. So, das heißt, ihr solltet gucken, nicht nur zu welchen Kurs ihr hier gekauft habt, sondern ihr solltet euch vor allem auch diese Zahl hier einprägen. Und deshalb findet ihr auf den Börsen, wenn ihr handelt, auch immer diese Kurse hier. Ganz einfach, es kann doch Folgendes passieren. Bitcoin wird übertrieben doll gekauft und Bitcoin, ich zeige es euch mal so imaginär, Bitcoin steigt und steigt und steigt und steigt und steigt. Wenn Bitcoin steigt, steigen automatisch auch die Euro-Werte von allen anderen Coins. Denn alle Coins werden ja an Bitcoin gemessen. Und wenn Bitcoin plötzlich ganz wertvoll ist, dann steigt auch automatisch jeder andere Coin-Wert, weil man eben gerade so eine Rallye hat und es geht einfach bergauf und alle Kurse werden an Bitcoin gemessen. Und egal, ob euer Coin gerade Plus oder Minus gemacht hat, dadurch, dass Bitcoin so durchdreht, steigt der Wert von eurem Coin automatisch mit. So, was machen jetzt viele Noobs? Viele Noobs, die steigen ein in den Markt, so wie hier abgebildet, das ist jetzt ein schönes Beispiel, kaufen hier, als Beispiel jetzt Ripple, kaufen Ripple hier ein und da hat Ripple meinetwegen 30 Cent gekostet. So, Bitcoin ist extrem durchgedreht, hat sich vervierfacht und eigentlich müsste doch mein Ripple jetzt 1,20 Euro wert sein. Ja, weil er hat sich ja vervierfacht. Und wenn Bitcoin sich vervierfacht hat, dann müsste mein Ripple sich ja auch vervierfacht haben, auch wenn er sich gar nicht bewegt hätte. Aber wir sehen, Ripple ist in diesem Fall sehr weit runtergegangen. Der Anfänger, also in diesem Fall vielleicht ihr, seht aber nur, oh geil, ich habe doch bei 30 Cent gekauft, jetzt ist er schon bei 60 Cent. Ja, habt ihr recht, ihr habt jetzt mehr Eurocents als vorher raus, aber hättet ihr gleich in Bitcoin investiert, statt in Ripple, hättet ihr nicht nur verdoppelt, sondern vervierfacht. Also ist euch doch wichtig, hat mein Coin den Bitcoin geschlagen? Das wäre doch jetzt entscheidend. Und hier seht ihr, hat er ganz stolz verkauft, hier unten, und gesagt, geil, ich habe Plus gemacht, aber eigentlich hat er zwar kein Minus in dem Sinne gemacht, dass er seine Anlage halbiert hätte, aber hätte er sein Geld in den Bitcoin gesteckt, hätte er viel, viel mehr rausgeholt. Und so ist es ein Irrtum zu glauben, dass man immer nur nach den Euro-Werten guckt. Guckt bitte immer nach den Satoshi-Werten, also nach den Werten, die hier stehen. Ja, also achtet darauf, ob euer Coin wirklich gut performt. Und wenn ihr das nicht genau wisst und nicht so viel Lust habt, immer alles im Detail anzuschauen, klickt bitte hierauf auf BTC und dann seht ihr mal wirklich, hat der Coin gerade den Bitcoin geschlagen oder nicht? Und eure Anlage, wenn es nicht der Bitcoin ist, sollte immer mit dem Ziel gesegnet sein, dass ihr immer besser abschneidet als der Bitcoin, weil sonst seid ihr wirklich sehr unlogisch im Markt, weil wieso solltet ihr in einen, ja sagen wir mal eher riskanteren Coin gehen, den ihr noch nicht die ganze Welt kennt? Wenn der Bitcoin sowieso steigt, dann habt ihr ja sowieso eure Renditen. Also wenn ihr in irgendwelche anderen Altcoins geht, dann meistens mit der Idee, weil ihr sagt, hey, ich glaube, das wird noch richtig abgehen mit dem Coin und dann achtet bitte immer darauf, ob er den Bitcoin gerade schlägt, denn ansonsten ist euer Investment nicht gut. Okay, ich hoffe, es wurde verstanden. Wenn nicht, schreibt mir gerne nochmal Fragen in die Kommentare, aber das sind so die Gründe, dass man falsche Analysen macht. So, und dann gibt es natürlich noch den Begriff FOMO. Ja, ich zeige euch mal hier in der Übersicht, was das bedeutet. Und FAT, das sind so die beiden bekanntesten Begriffe der letzten Wochen. Wir gucken mal hier, da nutzen wir gleich mal unser neues Werkzeug. FOMO, Fear of Missing Out, beschreibt die Angst, dass einem aufgrund einer Entscheidung oder Investition ein Profit entgeht. Beispiel Dezember, euer Schulkamerad, euer Arbeitskollege, euer Bruder, eure Schwester, wer auch immer hat erzählt, geil, ich habe mir Bitcoin gerade mein Geld verdoppelt, wie fett war das denn bitte? und ihr dann direkt, oh, ich will auch da rein, wie mache ich das los? Gib mir mein Geld, investier da, ich will da auch rein, ich habe Angst, was zu verpassen. Das sind ganz viele Neulinge oder so kommen sie überhaupt in den Markt rein und was passiert? Man gibt sein Geld aus, pardon, gucken wir uns gleich mal an die Telegram-Gruppen, man gibt sein Geld aus, ja, und merkt plötzlich, ich habe gar keine Ahnung davon gehabt, aber irgendwie ist in die Hose gegangen. Das ist dieses sogenannte FOMO. Und FAT ist genau das gleiche Problem, Fear, Uncertainty and Doubt, also man ist ängstlich, man hat sich verunsichern lassen durch die Medien, durch die Leute und schon fängt man an, an sein Projekt zu zweifeln. Auch das ist sehr schlecht, weil wenn man sich vorher richtig mit dem Projekt beschäftigt hat und sagt, ich gehe langfristig in das Projekt, dann sollte man sich nicht ärgern lassen, weil irgendeine Bank sagt, Bitcoin ist scheiße, sondern man sollte sagen, pass auf, ich glaube an das große Ganze und somit wird das schon. Das ist auch noch ein großer Fehler, dass viele sich von diesen negativen News leiten lassen und ihr solltet doch langsam wissen, dass Nachrichten und Zeitungen alle von negativen News und Skandalen leben. Das ist doch der Grund, warum die so viele Aufrufe haben, weil da eben steht, ist Merkel eine Verbrecherin? Fragezeichen und die Leute klicken, klicken, klicken. Würde da stehen, Merkel hat gerade einen Brunnen gebaut, würde kein Mensch darauf klicken. Es interessiert die Leute einfach nicht und das solltet ihr wissen und wenn ihr das wisst, dann wisst ihr auch genau, dass ihr darauf nicht allzu viel geben solltet. Okay, so, jetzt genug erzählt, Zusammenfassung. Also, überlege, ob du wirklich langfristig investieren kannst beziehungsweise investieren willst, nur Geld einsetzen, dessen Verlust du ohne Probleme verkraften kannst. Verstehst du den Inhalt des Projekts und begründe deinen Einstieg anhand von Fakten. Wenn dich dein Bruder fragt, musst du ihm auch erklären können, warum bist du jetzt bei Smart Cash drin oder warum bist du jetzt bei Engine drin. Das musst du ihm erklären können und nicht nur sagen, ja, aber Alex das auch gemacht hat, sondern ihr müsst es erklären können und nur dann seid ihr in einem guten Projekt, wenn ihr auch versteht, was ihr da gerade gemacht habt. Dann, nutze für Recherchen beispielsweise den Google Übersetzer, den du eben bei Chrome gesehen hast und nutze CoinMarketCap. Ich finde das ein hervorragendes Tool, um ganz, ganz viele oberflächliche Analysen durchzuführen, aktuelle Stände zu sehen und so weiter. Nutze immer und zwar wirklich immer, egal ob das für eine Nacht ist, wo ihr die Coins liegen lassen wollt oder für einen Monat oder für ein Jahr oder für ein Jahrzehnt, nehmt immer ein Wallet, dessen Eigentümer ihr seid. Also in diesem Fall zum Beispiel ein Hardware Wallet. Damit seid ihr immer auf der richtigen Seite und lasst es bloß nie zu lange auf den Börsen, weil es ist gefährlich. Auf den Börsen kann immer mal was passieren und ich weiß, jeder von uns kennt irgendwen, der schon mal irgendwie sowas erlebt hat. Von daher seid vorsichtig und denkt immer daran, seid nicht zu faul und bitte, egal ob das 10 Euro Gebühr kostet, wenn man sich mal seine 500 Euro in Coins auszahlen lässt, macht das einfach. Dann habt ihr die Nummer sicher und müsst später nicht traurig sein, wenn ihr irgendwas verlieren solltet. Und zu guter Letzt, lasst dich von News nie aus dem Konzept bringen, aber beschäftige dich durchaus mit News der Wirtschaft und Politik. Sei nicht blind, sag jetzt nicht, ich gucke gar nichts mehr, da wird Inno Müller erzählt, sondern versuch zu filtern. Versuch die Informationen herauszuziehen, die für dich wichtig erscheinen. Versuch den Rest auszublenden und merke, dass Medien oft übertreiben oder oft Dinge hineininterpretieren, die da nicht zu suchen haben, sondern versuch ganz einfach, klug zu sein und dich mit den Themen zu beschäftigen, die dich wirklich nach vorne bringen. Okay, das war es an dieser Stelle. Ich hoffe, dieses Tutorial hat euch allen gefallen. Hier zu guter Letzt nochmal die angesprochene Telegram-Gruppe. Ich habe insgesamt drei Gruppen. Einmal das Coin-Voting. Hier findet ihr zum Beispiel immer die Möglichkeit, dass ihr euren Lieblings-Coin mal eintragt, für den ihr euch vielleicht gerade interessiert. Und dann habt ihr vielleicht Glück und ihr kommt in die Abstimmung und in der Abstimmung könnt ihr dann oder ihr könnt dann abstimmen, welcher Coin am Mittwoch immer verfilmt wird. Und wenn ihr Glück habt, ist euer Coin dann der nächste, der verfilmt wird. Der zweite, ja meiner Meinung nach, beste Kanal, den es so gibt für das Informationsaufsaugen, ist hier der FFDK Crypto Talk. Hier habt ihr die Möglichkeit, mit ganz, ganz vielen Leuten, wir sind schon mittlerweile über 1000 Member, euch auszutauschen, Fragen zu stellen und darauf schnelle Antworten zu bekommen. Alles auf Deutsch. Immer wieder News, die hier geteilt werden. Und vor allem kein friedfertiger Kanal, also wo kein Müll erzählt wird, wo keine Beschimpfungen stattfinden, keine Pornografie und all so Müll. Und ihr werdet hier auch nie irgendwelche Empfehlungslinks bekommen und irgendwelche Angebote, die ihr annehmen sollt, sondern das ist alles kostenfrei. Und es geht hier wirklich darum, dass wir uns gegenseitig helfen und hier nicht irgendeiner Profit rausschlägt. Und zu guter Letzt, wenn ihr darauf keinen Bock habt und sagt, ich will nur News, dann kommt doch bitte in meinen finanzielle Freiheit an Kryptowährung Kanal. Hier seht ihr schon, schicke ich immer jeden Tag so eine Zusammenfassung der News. Da sieht man mal, was dazu alles passiert auf dem Markt und so weiter. Dann könnt ihr euch so ein bisschen das Lesen vereinfachen, weil ich für euch vorrecherchiere und so habt ihr dann immer die neuesten Dinge parat. Okay, das war's. Ich würde mich freuen, wenn ihr als kleines Dankeschön für dieses Video euren Daumen nach oben gebt hier bei dem Kanal und vor allem das Ganze abonniert. Wenn ihr Fragen habt, schreibt wie immer in die Kommentare. Ansonsten habt ihr, glaube ich, jetzt genug nachzulesen, genug auszuprobieren. Und ich würde mir von euch wünschen, teilt das Video doch mal mit euren Schulkameraden oder mit euren Arbeitskollegen, die alle nicht so viel Ahnung haben, wie man da jetzt richtig einsteigen soll. Vielleicht hilft es ihnen ja, dieses Video. Und ich würde mich freuen, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Morgen gibt es einen Wochenreport. Da habe ich immer eine Zusammenfassung der ganzen Woche. Da drehe ich immer ein Video für euch. Und ansonsten sehen wir uns jeden Mittwoch zum Coinday. Freue ich mich schon drauf. In dem Sinne, bis bald. Ciao!